Das habe ich ja noch. Ich glaube, die Karte kenne ich. Dann müssen die Jutsang besiegen und sind selbst schon auf der Ecke. Ach ja genau, ich wollte die Wache noch sagen. Ich will zwar anfangen auch mal weiter trainieren, aber bis jetzt sind die einfach zu lästig. Da kann man sich nämlich nicht vernünftig mit eindlichen Offizieren prübeln, wenn da unendliche Leute im Weg stehen. Das habe ich jetzt so zuletzt gehört. Ich könnte sie zwar auch auf Bogen stellen, aber wir lassen sie jetzt einfach mal ganz weg. Da habe ich die Probleme nicht mehr. Ich fange stattdessen mal hier an. Ja, wie gesagt, wollen wir diese Provinz annehmen, um sie als Plottenkopf zu erobern. Ich würde nicht sagen, wie wir die Verwaltung draußen sind. Hm, ich mag nicht die Begriffe von diesem Ort. Wenn wir ambushed werden... Ja, er sagt es gerade noch, dass er ein bisschen hinterher ist. Er wurde da oben im Kessel. Ich würde lieber nicht durch uns helfen. Wow, diese Leute sind schwer. Wollen wir den guten Punkton doch mal versuchen da rauszuhalten, wenn wir das nicht bekommen. Und der steckt da irgendwo drin. Da sehen wir ihn schon. Und hier ein Haufen lästiger Wogenschützen. Ich habe die Kurze zurückzuhalten, wenn ich das nicht wirklich geschossen habe. Ich hasse Wogenschützen. Aha. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich fange mal nur und fange mir ein Stückweise nach vorne, ohne mich dafür beschießen zu lassen. Ich glaube noch, es ist ein bisschen eine Konsequenzen. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber ich bin hier alles in der geringe Schaden. Wow, du hast das bockt. Ich bin glade, du hast dich. Das geht vermutlich nicht. Ich werde alles zurückgekommen, wenn wir uns in der Gedeleitung Åh geließen müssen. Das ist jetzt zwar wenig in der Reihe, weil hier kein Falteninfizierter drinsteht, aber trotzdem. Dafür haben wir hier einen permanenten Mosu abgefunden, das ist natürlich auch ganz leicht. Ich wusste gar nicht mehr, dass es das hier gibt. Ah, da kommen wir jetzt wieder ein bisschen Mosu mehr. Und auf vorne noch ein paar Bogenschützen, die abgeräumt werden wollen. Dann gehen wir mal weiter. Irgendwo hier müsste es tendenziell im Vorfall zu gehen ja da vorne. Erfahrungspunkte zu mir. Jetzt rennen die hin und da vorne... Ne, das ist da vorne bei einem Gatecap. Der muss halt nicht. Ey, lass mich in Ruhe. Das Nette ist, die rennen mir halt alle jetzt erstmal ein Stück hinterher. Das heißt, wenn ich hier zum Kampf komme, sind die gleich wieder da oben. Ich muss da von den Kuhkau'n. Aber ich muss nicht in der Stelle stehen, wo ich hier auf den Kuhkau'n habe. Aber das ist halt nicht die Zeit und hat zwar nicht die Folge, dass... ... das Verlust, wenn man hier herkommt. Das ist das. Das ist vollends, nämlich genau. Und das ist halt. Das ist halt. So, jetzt muss ich sauber. Und dann geh ich nämlich gleich irgendwie weiter zum nächsten. Dummdi 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 dumm. Zumindest soweit, dass wir jetzt hier drin stehen. Und dann versuchen wir seine... ...Ambustschrift zu machen. No! 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 Documentation in den... ... ... ... Das ist so eine Art. Ich steuere den Namen. Dann gehen wir nämlich hier. Stratts müsste zu halt finden. Er ist nicht weitergehalten. Aber... Ich möchte zu vorne versuchen, das Bezieher zu finden. Da war ich nicht so lange schon noch. Ich glaube, ich habe es nicht gebrochen. Er hat gerade etwas von Captured gesehen. Wer war das denn? Mal kurz gucken. Vielleicht ist es jetzt Sangren will er Captured? Ja. Das ist aber auch nur so ein Standard-Typ. Das heißt, da können wir wohl niemanden mit freischalten. Das heißt, das lohnt sich nicht so wirklich für uns. Das kann auch teilweise sein, dass wir... Das heißt, Captured hier und die Sache in der Kampagne ist nur so. Das kann auch nicht freigeschalten. Das kann auch nicht sein. Aber wenn es so ein Standard-Typ ist, werden wir einfach kein neues Bezieher bekommen. Los geht weiter. Ich bin sehr nah. Wenn ihr hier angeln könnt, dann gern wäre es. Also wenn er gut lasst. Dann renne ich zu Fuß. Denn tendenziell müsste irgendwo noch jemand sein. Ich will mir jetzt da unten gehen. Ich würde nicht mehr erwarten. Wollen denn hier draußen noch jemand rum? Ach, da unten? Dann werden wir dort wohl noch irgendwo jemanden besiegen müssen. Ein bisschen, zwei. Ja, Pantong, äh... Katuraut, das ist jetzt nicht so wild. Pull back from Luo Castle and retreat to Luo Fengpo. Liu Bei is fleeing! He must have lost his nerve! Das Problem ist, dass jetzt da unten irgendwo auch noch einer rumrennt. Ich weiß nicht, wer das mal angucken will. Aber es kann sein, dass der da einiges aufhält. Ist there no one brave enough to challenge me? Zhuge Liang will fall by my blade! Ah, jetzt kommen wir rein. Jetzt werden die Türen nämlich aufgemacht, weil er da eine Herausforderung ausgesprochen hat und sie provoziert hat. Jetzt, der Plan sagt, dass wir ihn zurückziehen. Und so kann er jetzt, wenn er einen Satorik abkommt, ein bisschen bohren. Und dann ist er dann bereit, raus zu kommen, um zu kämpfen. Das Einzige Wüste ist, dass wenn Jesse keiner auf irgendeinen Play ankommt. Ist der renommene Strategist ein Kauwärter? Impressiv, Zhang Ren. Ich erhebe jetzt. Äh... Ja, dann zieht er sich nämlich zurück. Und, äh... Zhang Ren verfolgt ihn nämlich. Und kommt damit dann aus der Burg aus. Da sehen wir ihn. Und jetzt kann ich ihn natürlich dann kaufen. Ja, sein Plan müsste es nämlich sein, der weiter den... ...Sang Yang zu verfolgen. Und er müsste ungefähr hier auf die Brücke zu halten. Das heißt, wenn ich Glück habe, mische ich ihn vielleicht. Das heißt, wahrscheinlich ist die Brücke gleich weg. Und wir kämpfen dort weiter. Das heißt aber auch, ich kann mich jetzt hinstellen und hier... Ich glaube, hier war nichts mehr drin. Verlebenspunkte suchen und hier mal rein gehen, weil das Tor ist jetzt hier offen. Was sind hier drin noch Leute? Beziehungsweise wer ist hier drin überhaupt noch? Ja... Ja, dann wollen wir uns den mal zuerst holen. Sollen die anderen sich mal weiter drüben. Und dann scheinen wir, wenn das mal die Schlacht vor unserer Seite. Das ist ja eigentlich auch immer ganz nett. Ja, wir müssen die Schlacht vor allem, weil da hinten dürfte jetzt Verstärkung aufgetaucht sein. Genau. So, Young-Hui und Gao-Pai sind aufgetaucht und die werden jetzt direkt auf Liu und Beibe zu kämpfen. Das heißt, den Offizier vergreife ich mir einfach mal direkt. Impressive! Und werde mich dann gleich an den Stellen direkt gegen unseren Endgegner zu kämpfen. Also hier ist nämlich, dass ich mich zurückziehe auf Liu und Beibe zu kämpfen. Das kostet aber zu viel Zeit, da habe ich jetzt kein Effizier. Da wir die Schlacht wahrscheinlich eh noch ein paar Mal spielen werden zwischen den Schläten und verschiedensten Seiten. Und das ist jetzt nicht so, dass ich jede Schlacht vor allem auf dem Auto rausgebe. Das ist zwar das erste Mal, man selber spielt, ganz nett. Aber dann wird das halt auch mal einfach gelacht. Weil ich halt... Ich dachte nur, wo... Ich bin halt quasi mit jedem Krächter immer wieder das gleiche. Und dort... Es verliert halt ein bisschen Zeit, um da immer alles zu machen. Und das ist jetzt nehmlich zu viel. Ich kann jetzt halt die Schlacht-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau-Frau. Das war nicht so vieler. Das war schon wieder erwischt, bevor unsere eigene Kugel nicht beschleunigen konnte. Das war doch gut. Ja, Yubays Streitmächte waren siegreich. Das habe ich schon heute schon. Das hat die es schon heute keine bekommen habe. Nicht nur den großen Boots flight. Den Punkt ist schon ein bisschen was. Ich habe schon ein bisschen was. Hier kommen wir jetzt halt in den Bericht, dass wir durch das Zerobern dieser Burg dort in die Provinz tiefer eindringen konnten. Und haben dann jetzt quasi als nächstes vor uns stehen die Campaign for Jing, also die Mission, in der wir dann diese Jing-Provinz einnehmen. Das mache ich aber beim nächsten Mal. Ich mache jetzt mal wieder einen Cut. Und bis dann, Leute. Macht's gut.